Teamausflug der U14 in den Audi-Dome zum deutschen Meister FC Bayern Zur Mitte der U14-Saison macht das Team wieder einen Ausflug zu einem Profi-Basketballspiel am Sonntag, dem 6. Januar. Abfahrt ist spätestens 13 Uhr, der Spielbeginn ist um 15 Uhr. Wie bei der U14 auch dauert das Spiel ca. bis 16.45 Uhr. Das Spiel ist im Audi-Dome, direkt am mittleren Ring. Für das Spiel ist einer der weltbesten Profi-Schiedsrichter, Robert Lotter-Moser, eingeteilt. Es dürfen auch Eltern und Geschwister mitfahren. Wir haben maximal 25 Karten. Die Eltern sollen bitte bis spätestens 20. Dezember bei Sascha melden. Das Spiel ist im Audi-Dome.